Hallo, im letzten Video haben wir gesehen, wie wir Abfragen erstellen, wie wir die Daten in dieser Abfrage darstellen und auch wie man diese Daten sortieren kann. Ich habe auch erklärt, dass man so, man kann so konzeptionell die Abfrage in zwei Teile teilen. Erstmal der Teil zum Darstellen und dann der Teil zum Sortieren und dieser Sortierteil wird dann quasi ausgeblendet. So hat man es am einfachsten, so eine komplexere Abfrage zu erstellen. Jetzt bleiben wir hier beim Thema Abfrage in diesem Video. Allerdings widmen wir uns jetzt ein neues Thema und zwar das Thema Filtern. Was heißt Filtern? Wir machen es am besten mit dem Beispiel. Ich mache mal diese Abfrage zu, schließe sie mal und wir erstellen eine neue Abfrage, Abfrageentwurf. Nehmen wir uns die Tabelle Autos und ich füge mal alle Felder rein. Doppelklick mal auf jeden. So, wenn ich jetzt in der Datenansicht gehe, sieht man hier alle Daten. 72 Daten habe ich insgesamt, also 72 Datensätze und Sinn von Filtern ist so, dass meistens, wenn man jetzt reelle Datenbanken benutzt, will man nie alle Datensätze sehen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Reisedatenbank habe, will ich jetzt nur die Reisen sehen, die jetzt vor dem Monat Januar gelten. Oder wenn ich jetzt eine Kundendatenbank habe, dann will ich nur die Kunden sehen, die zum Beispiel noch nicht bezahlt haben. Oder wenn ich eine Lieferantendatenbank habe, dann will ich nur die Lieferanten sehen, die mir noch keine Bestätigung geschickt haben, dass sie meine Bestellung erhalten haben. Und so weiter. Und um diese, was man hier quasi will, man will quasi immer die Daten filtern, auf was man braucht. Und nehmen wir an, hier, jetzt haben wir hier diverse Autos. Mich interessieren jetzt heute, interessieren mich nur die drei Thüringen Autos. Okay. Wie kriege ich sowas hin? Dann geht man im Entwurf und wir haben ja letztes Mal, habe ich ja erklärt, also die erste Zeile hier, das sind die Feldnamen, da stehen alle Feldnamen drin. In der zweiten Zeile stehen dann die, der Tabellname, wo dieses Feld herkommt. In der dritten Zeile legt man die Sortierung fest, entweder aufsteigend oder absteigend. Und in der vierten Zeile legt man fest, ob das Feld dargestellt wird in der Datenansicht oder nicht. Und jetzt alles, alles, was ab dieser fünften Zeile kommt, ist alles vor Filtern. Wir wollen jetzt dreitürige Autos darstellen oder nur die dreitürigen Autos darstellen. Das heißt, ich gehe in dem Feld Türen, also entlang dieser Spalte und achte, dass ich in dieser, oder ab dieser Zeile drin bin und schreibe einfach die Zahl 3 rein. So, und da habe ich jetzt meinen ersten Filter. Wenn ich mir jetzt die Datenansicht anschaue, da stehen sie dann da. Okay, und so wurden jetzt von den 72, werden nur diese 13 dargestellt, weil diese 13 erfüllen die Kriterien des Filters. Der Filter sagt 3, also zeigt man nur die Autos mit drei Türen, und das sind sie. Okay, und ich habe auch in vorigen Videos immer erklärt, dass es gibt zwei Arten, wie man Abfragen erstellen kann. Entweder so, wie wir es immer gemacht haben im Entwurf, oder man kann sie auch per SQL erstellen. Wenn wir uns die SQL Ansicht anschauen, sieht man, da ist die Abfrage. Das kennen wir ja schon, das heißt, wähle diese Felder, oder stelle diese Felder in diese Abfrage rein, from Autos, von der Tabelle Autos. Aber jetzt, das ist neu, das ist jetzt unser Filter, where, wo, das Feld Tür, also quasi von der Tabelle Autos, Autos Tür ist gleich 3. Ja, wir können hier die Sache auch ändern, nehmen wir an, ich will jetzt die 5-Türigen darstellen, dann gebe ich hier 5 ein, gucken wir uns die Datenansicht, und schon haben sich unsere Daten geändert. Jetzt werden nur die 5-Türigen Autos dargestellt, und wenn man im Entwurf geht, sieht man, dass die 3 aus der 3 ist jetzt eine 5 geworden, weil das haben wir drüben in der SQL Ansicht geändert. Also, man kann hier abfragen, egal wie man die Abfragen erstellt, das Resultat ist dasselbe. So, da haben wir jetzt unser erster Filter, und das können wir jetzt, die Abfrage können wir jetzt speichern, als 3 führige Autos. So, und dann ist das, das ist unsere erste Abfrage, und das heißt, wenn ich die jetzt schließe, das heißt, ich gucke gerade, da ist sie, jedes Mal, wenn ich diese Abfrage öffne, sorry, das sind die 5-Türigen. Naja, gut, ich werde dann so machen, ich habe jetzt mich, ich gehe so, ich gehe im Entwurf, und ändere das auf 3. So, und dann tue ich, genau, und dann tue ich sie erneut, erneut speichern. So, jetzt, jetzt haben wir die 3 Türen. Okay, jetzt, und ich schließe sie. Jedes Mal, wenn ich jetzt diese Abfrage öffne, erscheinen die 3-Türigen Autos. Und das Schöne dran ist, auch wenn ich jetzt in der Tabelle, in der Tabelle Autos neue Autos erfasse, neue Autos erfasse, und sagen wir mal, ein paar von den Autos, die von den neu erfassten Autos 3 Türen haben, erscheinen die automatisch in dieser Abfrage. Ja, das ist wichtig, also das heißt, ich muss nicht jedes Mal, wenn neue Daten hinzukommen, muss ich dann eine neue Abfrage machen. Nein, diese Abfrage aktualisiert sich automatisch. Wenn da neue Autos drin sind, und die sind 3-Türig, würden die hier dann erscheinen. Automatisch, okay. Gut, das ist unsere erste Abfrage. Und jetzt erstellen wir mal eine neue Abfrage. Machen wir wieder Abfrageentwurf, nehmen wir wieder die Tabelle Autos, und ich nehme wieder alle Felder. Jetzt hier in dem Fall will ich die Autos darstellen, die mehr als 30.000 Euro kosten. Okay, 30.000, das ist ja dann der Stadtpreis, wieder entlang dieser Spalte bei Kriterien. Jetzt mehr als 30.000, da muss ich dann dieses Zeichen eingeben, größer als, und dann die Zahl 30.000. Ja, und dann, wenn ich dann da klicke, dann sehe ich dann diese Autos. Okay, ich kann auch noch, da wir jetzt wissen, wie man sortiert, ich kann auch diese Autos dann nach dem Stadtpreis sortieren, und zwar absteigen. Das heißt, das teuerste Auto steht oben und das billigste unten. Und wenn man das jetzt anschaut, dann sieht man hier, sind die jetzt sortiert. Allerdings werden nur die Autos, die mehr als 30.000 kosten. Und von denen Zeichen, das größer als, heißt, werden die Autos dargestellt, die mehr als 30.000 kosten. Also, wenn ein Auto 30.000 kostet, wird das nicht dargestellt. Dann gibt es das andere Zeichen, das zweite Zeichen, größer gleich. Und man schreibt das so, größer und dann das gleich. Und größer gleich heißt, es werden alle Autos dargestellt, die mehr als 30.000 kosten, und die auch 30.000 kosten, ja. Also, das heißt, das Auto, das 30.000 kostet, wird in dem Fall hier dargestellt. Okay, und dann hat man kleiner als 30.000, also alle Autos unter 30.000. Ein Auto, das 30.000 kostet, wird in dem Fall nicht dargestellt. Und kleiner gleich 30.000, das heißt, alle Autos werden dargestellt, die von 30.000 ohne Kosten. Also, das heißt, das Auto, das 30.000 kostet, wird hier in dem Fall auch dargestellt. Man kann auch, das haben wir vorhin bei den Türen nicht gemacht, man kann auch sowas schreiben, ist gleich 30.000, aber muss man nicht in Excel, sorry, in Access. Das haben wir vorhin hier bei Türen, haben wir gesehen, wir haben die Türen 3 oder 5 reingeschrieben, ohne ein ist gleich Symbol. Und dann hat man noch ein Symbol, und das ist das hier, das Ungleich. Das heißt, hier werden alle Autos dargestellt, außer die 30.000 Kosten. Okay, so, dann lassen wir es wieder, wie es war, größer als 30.000. Und dann können wir es dann auch wieder erneut speichern. Und dann schreiben wir hier, größer als 30.000. Okay, und wenn wir uns nochmal Interesse halber die SQL-Ansicht anschauen, dann sieht man hier, da haben wir jetzt den Filter, where, Startpreis, größer als 30.000. Und dann hat man hier die Sortierung, order by, also sortiere durch Startpreis, DSDSC heißt Descending. Wenn man aufsteigen will, muss man da gar nichts reinstehen, also kann man das löschen. Lass mal probieren, tun wir es mal löschen. Und dann, wenn ich jetzt gehe in der Abfrage, sind die jetzt aufsteigend sortiert. Okay, vorhin waren sie absteigend, hier sind sie aufsteigend sortiert. Gucken wir uns den Entwurf, dann ist hier aufsteigend. Okay. Und wenn man, gehen wir wieder im SQL, wenn man hier das komplett löscht, das Order, die Zeile komplett löscht, dann ist auch keine Sortierung drin. Okay, gucken wir uns die Ansicht, okay, da ist keine Sortierung drin, es ist alles querbeet. Und wenn man die Entwurfansicht sieht, sieht man auch, dass hier die Sortierung ist auch gelöscht. Okay, lassen wir es wieder, wie es war, absteigend. Tun wir es mal schön speichern. Okay, und da haben wir jetzt unsere zweite Abfrage mit Filter erstellt. So, erstellen wir noch eine letzte Abfrage mit Autos. Gehen wir wieder in den Abfrageentwurf, Autos. Mach ich durchschließen, nochmal alle rein. In dem Fall will ich jetzt alle Autos darstellen, außer die fünf Tür. Okay, das heißt, jetzt wissen wir, wie man ausserschreibt, das heißt, bei Türen, außer, wie es mit das, und fünf. Das heißt, alle Autos werden nachgeschrieben, außer die fünf Tür. Und wenn wir das anschauen, sind das nur also die dreitürigen werden gestaltet, die vier Tür. Aber keine fünf türigen Autos, okay. Und die SQL-Ansicht ist dann so, und dann sieht man hier, where, Autos, Türen, ungleich, fünf. Okay, und dann kann man das dann auch speichern, und kann man hier schreiben, äh, ungleich, oder außer, äh, fünf Türen. Und wie, wie ich schon erwähnt habe, diese Abfragen, die wir jetzt gespeichert haben, die aktualisieren sich automatisch bei neuen Daten. Also, wenn jetzt neue Daten kommen, und, äh, diese neuen Autos haben dann, was weiß ich, fünf Türen, werden die immer noch ausgeschlossen, von, bei dem Filter, auch ungleich, fünf Türen. Oder wenn Sie, wenn Sie drei Türen haben, dann werden Sie dargestellt bei der Abfrage. Also, die Abfrage aktualisiert sich automatisch, äh, wenn neue Daten kommen. Das ist dann kein Problem. Okay, machen wir jetzt unsere letzte Abfrage für dieses Video. Abfrageentwurf. Diesmal nehmen wir die Tabelle Kontakte als Quelle, und fügen wir folgende Felder rein. Vorname, Nachname, äh, Firma und Stelle. Okay. So, also gut. Jetzt wollen wir hier, wollen wir die, äh, die Leute, die mit dem Nachname Schmidt heißen. Mit, mit Doppel-T hinten. Also, S-C-H-M-I-T-T. Schmidt. Jetzt achten wir, sobald ich da klicke, steht dann Schmidt in Gänsefüßle. Und das ist normal, Axis macht das automatisch, wenn wir ein Text, ein Text haben, äh, sorry, wenn wir ein Feld haben vom Typ Text, dann kommen automatisch solche Gänsefüßle um die Filter. Weil Nachname ist hier ein Textfeld. Bei, bei den vorigen, äh, 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 bei der vorigen Abfrage mit den Autos, mit der, mit der Türen und mit dem Startpreis, beides, Türen und Startpreis, waren Zahlen, oder die Felder sind Zahlenfelder, und daher kommen keine Gänsefüßle. Aber bei, bei Text kommen diese automatisch, diese Gänsefüßle, das liegt, Axis automatisch. Und wenn wir jetzt die Daten anschauen, dann sieht man, kriegt man alle Schmitz hier. Jetzt hier, hier haben wir jetzt ein bisschen Glück. Und zwar, wir haben jetzt hier Glück, dass diese Schmitz alle sich gleich schreibe, nämlich mit TT. Wenn jetzt zum Beispiel ein paar von denen, sagen wir mal, mit DT schreiben, Ja, und wenn wir zurück zum Entwurf gehen, und wieder auf den Daten, dann sieht man jetzt, die sind jetzt nicht mehr sichtbar, weil diese Abfrage sucht nur nach den Schmitz mit Doppel-T. Jetzt die Frage ist, wie, wie kann ich beide darstellen? Die mit TT und die mit DT. Es selbe gilt für Namen. Auch zum Beispiel, äh, was weiß ich, zum Beispiel Annette schreibt man manchmal mit 1T, mit Doppel-T, mit 1N, mit Doppel-N. Wie, wie kann man solche Namen rausfiltern? Ja, und das, dieses Thema, machen wir dann im nächsten Video.